Forderungen nach Aufklärung des Flugzeugabsturzes MH17 in der Ukraine werden immer lauter. Eine lange Liste prominenter Persönlichkeiten hat jetzt eine Petition mit dem Titel Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung des Flugzeugabsturzes in der Ukraine und seiner katastrophalen Folgen unterzeichnet. Eine ganze Reihe von Organisationen wird die Petition in den kommenden Tagen veröffentlichen und man kann den Aufruf bereits jetzt unterzeichnen. Die Petition ist gerichtet an alle Staatschefs der NATO-Staaten Russlands und der Ukraine, an den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und die Staatschefs der Länder im UN-Sicherheitsrat. Die Petition wird jedem der oben genannten zugestellt. Natürlich gibt es unbestrittene Fakten, die das Verständnis der Menschen verändern können. Viele US-Amerikaner sind sich der NATO-Erweiterung nicht bewusst oder der Tatsache, welche Aktionen in Russlands Augen als aggressiv und bedrohlich erscheinen. Aber wenn ein bestimmtes Ereignis als eine unmittelbare Ursache für einen Krieg benutzt zu werden scheint, lohnt es sich die Zeit darauf zu verwenden, um auf einer Klarstellung der Fakten zu bestehen. Dabei gilt es festzustellen, dass kein mögliches Ergebnis einer Untersuchung einen Krieg rechtfertigen würde. Vielmehr geht es darum, das Aufzwingen einer unbewiesenen Erklärung zu verhindern, die einen Krieg wahrscheinlicher machen würde. Was wäre geschehen, wenn zum Beispiel der Vorfall des Golf von Tonkin vor 50 Jahren in diesem Monat untersucht worden wäre? Was, wenn die unabhängige Untersuchung die Spanien im Fall des Untergangs der USS Maine forderte, damals erlaubt worden wäre? Was wäre geschehen, wenn der US-Kongress nicht geglaubt hätte, dass man die Babys aus dem Brutschrank riss oder etwa die lächerlichen Berichte über die großen Vorräte an Massenvernichtungswaffen im Irak? Oder andersherum gefragt, was wäre passiert, wenn jeder im vergangenen Jahr ohne alle Skepsis auf John Kerry gehört hätte, als man Syrien angreifen wollte? Als ein malaysisches Flugzeug in der Ukraine abstürzte, hat der US-Außenminister John Kerry sofort Wladimir Putin beschuldigt, hat aber bisher noch keinen Beweis für diesen Vorwurf geliefert. Unterdessen erfahren wir, dass die US-Regierung die Möglichkeit in Betracht zieht, dass das, was passiert ist, eigentlich ein Versuch war, Putin zu ermorden. Diese beiden Versionen, die eine zunächst ohne ersichtlichen Grund öffentlich gemacht und die andere, die wie jetzt berichtet, insgeheim untersucht wird, Beide Versionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Dass die zweite auch nur in Erwägung gezogen wird, lässt es sehr viel wahrscheinlicher erscheinen, dass ein schwerwiegender Beweis für die anfängliche Beschuldigung Kerrys nicht gefunden worden ist. In der Petition heißt es wörtlich, Richten Sie eine unparteiische internationale Fact-Finding-Anfrage und fordern Sie einen öffentlichen Bericht über die Ereignisse in der Ukraine, um die Wahrheit über die Ereignisse zu offenbaren. Warum ist dies wichtig? Es ist wichtig, weil es so viel Fehlinformation und Desinformation in den Medien gibt und wir uns im Eiltempo in Richtung eines neuen Kalten Krieges mit Russland bewegen. Untertitelung des ZDF, 2020